Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Anstreben. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Strebt an. Strebte an. Hat angestrebt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich strebe an. Du strebst an. Er strebt an. Wir streben an. Ihr strebt an. Sie streben an. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich strebte an. Du strebtest an. Er strebte an. Wir strebten an. Ihr strebtet an. Sie strebten an. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe angestrebt. Du hast angestrebt. Er hat angestrebt. Wir haben angestrebt. Ihr habt angestrebt. Sie haben angestrebt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich strebe an. Du strebest an. Er strebe an. Wir streben an. Ihr strebet an. Sie streben an. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich strebte an. Du strebtest an. Er strebte an. Wir strebten an. Ihr strebtet an. Sie strebten an. Den Schluss macht der Imperativ. Strebe an du. Streben an wir. Strebt an ihr. Streben an sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb anstreben. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.